Würdest du bitte endlich mal? Ja, jetzt kann ich dir leider nicht helfen. Alle anderen auch nicht. Auch das ist ja doof. Oh, das ist ja schade. Ach man. Schon doof, ne? So. Komm schon, ich brauche noch! Ach f*** dich. Das war schon so astroschön. Wir müssen erst mal warten, bis du stirbst. Toll. Warum nicht einfach direkt neu starten? Das ist dir vor viel Zeit gespart. Ja, aber ich wollte sehen, wie du stirbst. Ach du bist so ein Wichser, ne? Das war's. Dafür werde ich das nächste Mal auch nicht helfen. Hast du jetzt davon? Ich nehme die. Das ist hier mal die zweite Seite. Warte. Mir hat jemand die Axt weggenommen. Oh nein! Wer war das nur? Warte. Das tut weh! Das tut weh! Lade nach! Warte. Kam hier nicht letztens die Zombies durch? Nein! Oh! Doch! Obst! Ähm! Sag ich doch! Okay! Warte, kam hier nicht letztens die Zombies durch? Nein! Hahaha! Oh du Arschloch! Haha! Du hast ja extra zurückgewickelt. Hast richtig Glück gehabt! Oh guck mal hier, wir das Weibteabacken. Bei dem du ja sagst, das ist in Ordnung, kleinen Mädchen Eier ins Gesicht zu hängen. Hä? Wann hab ich das gesagt? Das hast du so gesagt! Punkt! Da ist ne Witchtonne. Ach, sagst du das? Die haben geschossen! Das war echt nett! Du weißt, dass sie dich dann angreift, ne? Nicht mich. Oder warte mal, probieren wir das mal. Schieß die mal an und ich stell mich genau hier hin. Oh tschüss! Oh kacke! Aha! Bye bye! Guck mal, Bill ist ein netter, der rettet mich sogar. Das war echt nett! Gern geschehen. Danke, du hast was gut. Für einen Bummer. Bummer? Bummer. Oh guck mal, hier ist ein Wecker! Ist nicht wahr. Da steht, es ist 12 Uhr. Da steht, es ist 12 Uhr doch. Hab den Bummer! Voll. Für einen Jockey. Ach ja, das war hier dieses Gebiet, wo die Hunter so von Wand zu Wand springen können. Das war mega geil. Jetzt! Set mir mal wieder das Handy in die Aufnahme. Das ist doch nicht zu fassen. Wieso bin ich auch so blöd? Du machst immer wieder entlau... entlautloserisiert. Was? Ich hab dein Handy nicht gehört. Ich aber. Ja, dann musst du das aber nicht erwähnen. Doch, weil sonst weiß man nicht, dass es Handy gebimmelt hat. Wenn man es doch hört. Wenn man es genau nicht hört. Ja, eben. Wenn man es nicht hört, dann juckt es. Das ist so diese Logik, wie ich jetzt festgestellt habe. Wenn manche Atheisten vom Tod Angst haben. Weil nachdem du tot bist, dann juckt es doch eh dich nicht mehr. Also dann ist doch komplett egal, ob du tot bist oder nicht. Und das ist genau die Logik. Gut gemacht. Wenn dein Leben nicht mehr existiert, dann juckt es dich nicht mehr, ob dein Leben existiert oder nicht. Ja, aber das ist eigentlich eine grundlegende Frage von was anderem. Das ist nicht die Angst vor dem Tod, sondern mehr die Angst vor der Ungewissheit. Weil du nicht genau weißt, was danach passiert. Das ist einer der Urinstinkte der Menschheit. Wir Angst vor etwas haben, das wir nicht kennen. Ja, das sowieso. Das ist der Witzel. Ah ha! Ha ha! Woo! Ha ha! Nice. Oh ja. Das ist der Witzel. Ich hab sie bei mir sogar extra wieder mega krass hochgedreht. Ich hab die Musik jetzt nach ganz oben geholt. Einfach nur um zu gucken wann Musik kommt. Ja Musik ist allerdings auch mehr so nebensächlich. Ne also ich finde das Gameplay ist eher nebensächlich, es geht um die Musik. Jaja doch schon, hast eigentlich recht. Ich meine auch wenn ich irgendwie irgendeinen Shooter spiele, ne ich setze mich eigentlich erstmal hin, mach erstmal nichts und höre mir erstmal nur den Soundtrack an. Das andere ist ja unruhig dran. Weißt du so n Kack braucht ja keiner. Da ist n Boomer. Und hey ich bin verkugelt geblieben. Ihhh. Erwischt. Und den Spitter abgeräumt alter mach das mal nach. Ich hab die Hood schon wieder angeguckt. Warte ich helfe grad mal weh. Nein da geh ich nicht hin da ist die Hood. Ich hatte gehofft die gibt's irgendwo. Oder meine meine mein. Boah. Hier geht's runter. Geht's da lang? Ich muss sagen nein. Epp. Position. Guten Tag. Wurdest du auch angekotzt? Ja. Ich hatte nur gehofft das das deswegen war weil ich ihn getroffen hätte. Boah ich bin voll angekotzt man. Ja. Ja ich auch. Huch. Was zum Henker? Nein. Base push. Hier gibt's Waffen. Naja wenigstens Platz. Richtig. Aber weichste ne. Eine Schnupper. Eine weniger gute Schnupper ist besser als gar keine Schnupper. Ne? Keine Ahnung. Ja. Deine Antwort aussieht ja. Das ist die einzig wahre Antwort und es gibt keine andere. Oh der Tangle ist schon da. Lock ihn mal ins Feuer. Nein. Oh. Huch. Fuck. Ziel unterbrennt. Ich bin hier gefangen. Alter. Hast du mich verarschen? Also jetzt nicht du sondern das scheiß Spiel hier. Ja. Läuft. Fett nachladen müssen. Ha. Jetzt fangen wir ihn grad fest. Warte. Ah. Mach weiter. Ich helf dir. Läuft. 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 Ich glaub da hat sich die festgepackt. Ah nein jetzt versucht sie hochzukommen. Das ist tot. Ah. Und er down? Könnte nützlich sein. War ne Frage und keine Feststellung. Hä? Was denn? Ah nicht so wichtig. Sag doch. Ich hab... Nein die Frage hat sich selbst beantwortet. Weil du mich ja wieder ignoriert hast. Ah. 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 Ich verstehe diese Form nicht echt. Ah. Ah. Ohne Witz ich könnte echt so gut irgendwie ne angepisste Freundin spielen. Ah. 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 Und nichts anderes. Auf dass hier dann ein Auto bei dem Alarm ausgelöst werden kann. Wie wichtig Hunter. Nice. Gut wir trocken. Ähm, wir gehen da noch. Hälfte. Nice. Wo bist du? Was ist denn da unten? Wir müssen hier lang. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Auf einer 1, auf einer 1 für Skala, genau. Auf einer Skala von 1 bis Kartoffelsalat. Wie sehr? Kartoffelsalat. Okay, das ist schon hart. Wie weit ich komme runter? Auf den Jockey. Ja, lad erst mal nach. Ich schieße nicht auf mich. Ich schieße nicht auf mich. Oh, ich hab genau gesagt, ich hab gesagt, die sind Autos. Hä, du hast gar nichts gesagt. Boah, hatte ich. Nein. Komm her. Ich hab eben gerade gesagt, Vorsicht, die sind Autos mit Alarmanlagen. Nein. Nein, nicht eben gerade, aber vor 5 oder 10 Minuten. Wunderbar. Oder warst du ja wieder auf der anderen Seite der Map? Kommst du mal? Nein. Ich hab nämlich hier noch zu tun. Im Gegensatz zu dir, feiner Herr. Hier blieben, du. Okay, jetzt kann ich kommen. Oh, ein Klavier. Guck mal, was ich machen kann. Hey. Party. Hey. Auf. Prübelst du schon wieder die NPCs nieder? Du solltest das doch nicht machen. Du bist zu ganz furchtbar. Ein Steckum. Werb sie aus. Tür zu. Puh, danke. Nein. Was hält die Kuss? Laute es bitte. Jetzt ist mein Handy laut. Ja. Es ist tatsächlich echt ziemlich ruhig. Ich hab die Musik jetzt noch ganz oben gedreht und die stört mich nicht. Was zum Fick war das gerade bitte? Also ich würde es... Oh, Louis hat sie die... Ja. Louis hat nichts können. Hier ist die Tür. Oh, ich hätte vielleicht die Tabletten mitnehmen sollen. Naja, nicht die Tabletten, sondern... Was ist denn der scheiß Safe-Room jetzt? Wir sind gerade aus dem Safe-Room rausgekommen. Ja, aber... Höh? Warte. Marco will direkt den nächsten Safe-Room. Warte. Der aus dem wir rausgekommen sind. Ja, was ist damit? Jetzt komm her. Wir müssen los. Ich will da wieder rein. Ich muss da was rausholen. Ich hab kein Medipack. Es ist kein Medipack mehr da. Okay, geil. Ich hab kein Medipack. Läuft. Ja, Bill hat da hingenommen. Ja, toll. Scheiße. Oh. Ah. Huch. Ah, ne, Knarrer zu wenig Munition. Wie schießt mich die NPCs wieder an? Geil. Ach, du Kack. Ich hab bisher noch nichts getroffen. Ich war der, der mich getroffen. Oh, du Scheiße. Yeah. Pum. Pum. Oh, Granatenwerfer, aber gar kein Bock auf den. Der ist so schlecht in diesem Spiel. Okay. Ja, beziehungsweise, ich bin eher so der Typ, der so einzelne Zombies killt, anstatt in große Gruppen. Naja, das kann man jetzt so auch nicht pauschalisieren. Weißt du, wenn du... Na, ich meine, wenn du eine große Gruppe ist, dann schieß ich da rein, aber ich bin... Oh! Ähm... Ja. Wissen. Aha. Oh, natürlich sind sie keine Pillen. Ich hätte ja auch noch Pillen dabei, ja. Nein, lass mich durch! Nein, lass mich durch, scheiß Zombies! Ich bin tot! Ah! Da waren so fünf Zombies im Weg, man! So ein Dreck! Wie schlimm ist es? Ich schaff's schon! Hoch mit dir! Du bist gerade wegen einem Tankdown gegangen. Oder was? Ein Charger? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin auch wegen dem Tankdown. Wahrscheinlich nur noch ein Stückchen! Ich helfe dir wieder auf die Beine! Oh nein! Oh nein! Was ist passiert? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Was passiert hier nur? Oh nein! Na gut, komm. Könnte ich so sein wie du? Oh, oder doch? Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ohhhh! Ohhhh! Was? Nein! Hör auf damit! Ich bin weg! Aber was geil ist, du stehst schon halb auf Fett wieder auf den Boden. Ja! Das kenn ich! Das ist richtig scheiße! Also ich meine, hab ich auch gesehen, dass ich das mit dir gemacht hab! Ja! Vorsicht! I'm friends with the monster that's under my bed! Ich hab davon jetzt irgendwie ein Ohrwurm, weil ich gestern davon einen Wein gesehen hab! Eigentlich hasse ich die Musik von Rihanna! Weil das, weil, das ist so, das ist so die beschissenste Ohrwurmusik aller Zeiten! Ah, da war doch einer! Oh! Oh! Ich habe deine Brauch preço. Die Sauffern hat mir immer dick. Vielen Dank.